Champions ist Ehre... Ohaah! So, Ben Autron. Der erste Ad wird doch schon direkt geschrieben anlädtet. Hey, wo ist denn Ben? Ach, da. Ja! Er wird gebannt, oder? Jo, äh, jetzt äh, wo hab ich die... ...löter Replay-ID. Er hat das schon direkt auch bei der ersten Stelle anlädtetisch geschrieben. So, ihr seht übrigens, nachdem ich das erste Bastard-Video hochgeladen habe, dass er sich ingame umbenannt hat. Also, er hat sich direkt nach dem Bastard-Video Z-Gunny genannt. Hieß davor, King Fabi wurde jetzt gebannt. Das bedeutet, Z-Gunny wurde gebannt. Im CW hat er noch mit dem Namen King Fabi gespielt, ähm, um das mal alles so ein bisschen klarzustellen. Und, äh, ja. Das war's eigentlich soweit. Hier jetzt auch einmal kurz, äh, der End-Screen. So, um das jetzt einmal kurz noch zu zeigen, äh, Benni hat geschrieben, er ist gebannt. Ähm, der Hacker ist jetzt gebannt worden. Äh, ja. Das war's eigentlich zu der Sache. Äh, mit dem, dass da irgendwelche Leute ihn noch als legit abstempeln aus seinem Clan. So will es w�전er. Jetzt machen wir es jetzt hier.